Baumeister-Ingenieur Peter Rödler, Beratung und Vertrieb bei der Firma Ausbau GSMBA. Seit Ende 2009 bin ich bei der Firma Ausbau. Angefangen habe ich in der Bauleitung und bin Mitte 2013 in die Beratung und Vertrieb gewechselt. Mein Aufgabenbereich ist es, Kunden zu betreuen und zu beraten, die bereits einen Plan haben sei es Einreichplan oder Entwurfsplan und da gilt es gemeinsam mit dem Kunden, mit dem Plan oder Architekten die bautechnische und die baubehördliche Umsetzung des Baufarben zu besprechen und dann auch noch zu schauen, ob das Baufarben energieeffizient ist. Mich begeistert der tägliche Umgang mit neuen Kunden und neuen Projekten, weil jedes Projekt ist individuell und da gilt es immer, die Wünsche des Kunden mit architektonischen Ansprüchen des Planers oder Architekten auf einen Nenner zu bringen, sodass der Kunde am Ende des Tages dann glücklich ist. In meiner Freizeit verbringe ich gern die Zeit mit meiner Familie, wobei mir meine zwei Töchter mehr Energie rauben, als ich tanken kann, aber es macht den Kopf frei. Und wenn dann jetzt noch ein bisschen Zeit über ist, dann betreibe ich gerne Sport und fahre gerne kleine Motorradtouren. In erster Linie Humor. Ich denke, wir sind ein eingespieltes Team, bei dem der Spaß an der Arbeit und in der Arbeit nicht zu kurz kommt. Des Weiteren wird bei uns Teamfähigkeit sehr, sehr groß geschrieben. Bei uns hilft jeder jeden. Die Eigenverantwortlichkeit, Zielstrebigkeit und Engagement dürfen natürlich auch nicht fehlen, weil manchmal ist man in der Arbeit auch der eigene Herr. Untertitelung. BR 2018